Ich steh mit meiner Frau, ich steh mit meiner Frau in München in der Diskothek, in München in der Diskothek, ja, 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 meine Frau hat offene Schuhe an, ja, meine Frau hat offene Schuhe an, ja, da steht so ein Knallkopf neben dran, Knallkopf neben dran, schmeiß 10 Gläser, ja, schmeiß 10 Gläser, ja, genau immer neben dran, genau immer neben dran, bis ihre Füße geblutet haben. Bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet, Füße geblutet, okay, ja, okay, ja, bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, ja, hab den an ne Karabatte gepackt, hab den an ne Karabatte gepackt, dann hab den, sag mal, der seine Eimer ein Glas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeuge, dann kriegt er eine Ohrfeuge. Geh wieder zu meiner Frau, geh wieder zu meiner Frau, Füße geblutet, Füße geblutet, okay, ja, okay, ja, er schmeißt wieder ein Glas, okay, er schmeißt wieder ein Glas, dann kriegt er von mir eine Ohrfeuge, dann kriegt er von mir eine Ohrfeuge. Weißt du, was passiert ist, ja, 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 ich war dein große Buhmann, ich war dein große Buhmann, dein Exeter, dein Exeter, und ich hab noch Geldstrafen geschenkt, und ich hab noch Geldstrafen geschenkt. Das ist der liebe Michael gewesen, ein Hörer, der mir diese Mail geschickt hat, mit diesem fantastischen Remix. Da sieht man mal, was unsere Zuhörer in den...